Lava Scheißsee ist, ich glaube hier ist einfach nur so ein Lava Scheißsee. Ah, da ist Kohle! Oh mein Gott! Das könnte doch ein gutes Ende nehmen hier mit mir. Aber ich bin auch leider so ein Typ, der gerne, gerne, super gerne in Lava fällt. Ich wäre es geil, wenn einer von hinten kommen würde und mich einfach in Lava schubsen würde. Das ist fucking awesome. Scheiß, kann ich da nicht irgendwie so machen? So. Na, so reicht. Ha! Bam! Jetzt sind wir an Kohle dran. Freut euch für mich! Freut euch mit mir! Boah, und hier ist auch noch so viel Kohle, das ist so wichtig. Fuck, wenn wir es so geht nicht mehr, dann habe ich schon ein bisschen Eisen, dann kann ich mir vielleicht sogar noch was bauen. Richtung Schwert! Das muss eigentlich genau mit den zwei Eisen reichen, die ich habe. Das war schon super equipped. Schwert essen. Ich könnte meinen, dass es langsam läuft. Ah, herrlich. Ja, ich wollte so ein großes Schloss bauen hier. Mit Katapulten und Fallen. Ne, ich glaube, so weit kommen wir heute nicht. Ja, natürlich sehr schön für euch, aber ich glaube, so weit kommen wir heute nicht. Feuer! Ich habe Feuer gemacht! Boah, wie viel Fackeln das gibt. Boah! Decker, Decker gewinnt auch gleich. Warum auch nicht? Ja, reglich verdient. Zwei Eisen, awesome. Nachher habe ich kein Stäbchen. Das war die Bretter noch mal ein bisschen. Ah, ist ein Schwert! Mom! Ich könnte mir nichts Geiles vorstellen gerade. Oh, dann legen wir mal bei lieber auf die Eins. Ja, wir legen auf die Zwei. Ach, die Fackern kommen wir da. Oh mein Gott, das ist ein Skelett. Ah, Skelett könnte ich eigentlich muschen. Ah, cool, raus. Wollen ja nichts verschwenden hier. Ach komm, wir muschen mal ein paar Viecher. Oh, das hört sich sogar so an. Oh! Dann gibt mir das voll ein. Alter Vater! Schießt das da jetzt? Alter Vater, der hat mir voll eingegeben. Zieht mal eben ein paar Herzen ab. Ist er jetzt tot? Die Sonde ist zerstört? Oh ja, das wäre auch so. Jetzt sag ich, es hat nichts fallen gelassen. Ich hab's doch geschlagen. Ach komm schon. Nicht wahr? Da vorne ist bestimmt irgendeiner gespawnt. Da ist ein Riesending, da ist irgendwas drauf. Eigentlich müsste man da jetzt im Early Game hin, aber ich weiß nicht, ich reich das mit 64. Wie komm ich denn da wieder runter? Ui, komm, wir trauen uns mal. Das gibt doch einen hier. Dann machen wir uns nämlich noch eine Steinpickaxt. Zack, zack, zack. Dann machen wir uns direkt zwei. Wichtig, wichtig. Und dann gleich noch ein bisschen Holz. Bisschen Schiss, wenn ich da jetzt hingehe. Scheiße. Wahrscheinlich immer hat Peter genau zwischen die Leute gebaut. Die Dreck-Sau. Dass da keiner ungeschoren davon kommt. Wahrscheinlich ist es total geil, auf der Live-Map gerade zuzugucken, und man sieht alle Leute nur nebeneinander herlaufen und aneinander vorbeilaufen, so wie letztes Mal. Komm, ich hab ein Eisenschwert. Traut euch, traut euch! Scheiße, ich hab kein Essen. Ist nicht zufällig auch Essen dran. Das wär total gut. Das wär total super. So. Ich hoffe, es hat einfach keiner... Das wär natürlich... Mein Gott, wie das laggt, ey! Das ist unglaublich! Jetzt fall ich hier gleich runter, weil das so ruckelt. Oh mein Gott. Oh Peter, das ist aber ganz mies hier. Ah, da ist Hardy! Da ist Hardy! Das wäre natürlich jetzt ein bisschen... Oh mein Gott, ich hab so wenig Leben. Gehen wir ein bisschen hoch. Oh mein Gott, das laggt so krass, dass man immer denkt, man steht daneben. Oh mein Gott, ist das hoch. Ich drück einfach mal Enter und ich... Oh mein Gott, wieso kann ein Hardy schneller hier hoch? Ja, Hardy, da traust du dich aber was. Jump to my... Jump to my... Das ist meine Kiste, du Affe! Meine Kiste! Oh mein Gott, das... Wie das ruckelt! Oh Mann! Mein Gott, er baut mein Ding ab. Das ist das eine Fotze, ey. Nein! Dieser hatte mich von unten geslayt! Nein! Ach Mann, wie ärgerlich! Boah, wie das am Ruckeln war. Ich... Ich könnt kotzen. Ich könnt so kotzen. Mann! Mann! Ah! Ja, so kann leider keiner spielen. Das ist doch scheiße. Ja, aber trotzdem schön. Ah, die hat mich echt fies hintergangen. Der mich jetzt... Ah, da ist ich gerecht. Schade. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was machen wir jetzt? Schreiben. Peter kann ich gar nicht beschreiben. Mach! Was müssen wir jetzt alleine warten? Das ist aber frech. Bin ich denn hier? Da kann man runterfallen. Ich habe reached the border. Ich bin komplett gefangen, oder was? Ach nee, ich bin außerhalb. Irgendeine Richtung fortbewegen. Darunter springen. Ich bin wahrscheinlich tot. Nein, da unten ist ein Schwein. Das hätte ich super gebrauchen können. Mann! Mann! Deshalb willst du nicht rausgehen? Doch, aber ich... Weil du gerade gemutet warst bei dir, hatte ich gedacht, du möchtest nicht gestört werden. Also soll ich hochkommen? Hochkommen? Ja, oder wir bleiben hier dran. Achso, nee, ich meinte, hau doch nicht vom Server gehen. Achso, nein, ich spiele weiter. Ich spiele weiter, ich mache alle Platz. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.